Der internationale Währungsfonds zeigt sich für die Entwicklung der Weltwirtschaft relativ zuversichtlich. In diesem Jahr werde das weltweite Bruttoinlandsprodukt um 3,5 Prozent wachsen, so die Prognose der IWF-Experten, die damit gegenüber früheren Schätzungen nur um 0,1 Prozentpunkte abgesenkt wurde. Im kommenden Jahr soll es dann deutlicher bergauf gehen, mit einem Plus von 4,5 Prozentpunkten.